ja und willkommen mein name ist die rt und meine mittel mario master und wir müssen euch zurück zu let's play joshies im roly world sieht man wie schnell ich bin ok 1 17 1 strich 7 herumgekrebs am strand nächstes level wollen wir weitermachen wollen wir uns einen trickstempel aber nichts ich nehme den stürzen da werden schon keine abgründe seien ich glaube ich meine doch was soll ja wenn sie noch umsonst muss man nehmen ja bei grad ist so sind wir männer grundsätzlich am start guck dir mich ja noch so ich möchte ein bisschen planschen weil er kann nicht schwimmen alter guck du den krebs an das geld ich weiß nicht was ist es ist eine handtasche oder portemonnaie aus der post von la post genau gibt dieses alt bekannte thema schon wieder los müssen wir wieder über handtaschen reden nein wenn du beim werfen drückst kannst du zentrieren du bist im wasser du kannst nichts werfen ich meine auch nicht schießen kann ich eine möwe aus wollen ich habe dich gerettet das wolle wolle kann ich schwimmen das genau so wie ihr mitley der fast nicht in super sprach ich möchte die handtasche erledigen so sehen sie jetzt wie metal mario master eine lacoste handtasche erledigt habt ihr alle gut aufgepasst ja gut ihr werdet nächste woche abgefragt in welchem level das war auf mich immer zu werfen hat hast du das gesehen ja wo ist das geschenk geschenk schienen also dann schädelungsgericht noch der vorte stress mit mir zeit für eine neue verwandlung ja motorrad er macht ich will mich umsehen ich will alles einsammeln was es gibt okay wir machen es noch mal neu müssen wir machen ich möchte alles einsammeln okay wir wissen wie es gut wie der hat Jut! WIIE!! haste du den gesehen? GO GO YOSHI RANGERS!!! mein team auf und joshy rangers so wird der part heißen ja mein team auf und joshy rangers aber hier könnten auch als beispiel vielleicht hast du dir auch in den mega da wird gesünder war auch wolle gewesen deswegen wollte ich das unbedingt normal machen vor allem ist das ist ein cooles spiel ich würde sagen sehen sie jetzt die die röpe eine handtasche von lacoste erledigt ja genau so genauso genauso ich habe mit wasser mit mir gegessen das handtasche scheiße erledige sie musste testen wie das mit dem weg geht ja eine ich habe wohl gefunden hast du gesehen habt ihr gut aufgepasst kinder ihr werdet nächste woche immer wieder abgefragt so noch so eine tasche was die handtasche erledigt nicht nieder mit lakos was wir ich hätte gerne was tatsächlich aber ich habe keine wir sollen uns kriegen aus einem sommer blume kann man auch hier hast du denn auch kohle hp würde meine treffen lassen mich treffen lassen wieso ein pokémon verwirrt ist so läuft ja los als klein haben wir denn alles gefunden ich bin mir nicht völlig unsicher also wir haben alle blumen alle dinge haben wir auch stempel weil wir nicht ich glaube stimmen wir haben wir nicht doch kommen nein verdammte scheiße wenn ich meine nachbarn mehr würde ich jetzt wie ein bürger fluchen schon wieder gehört wieder irgendwie wie am rumrollen sind also ich nehme an die schreien gleich wieder alles furchtbar in den letzten tagen bin ich so sehr am fluchen diese weltweiten und schreit mir ganz einfach ich habe keinen bock mehr sie hätte mehr punkte alter aber sowas von ich habe volle müde fertig gemacht wie fühlt sich das an du wirst bedient haben wir auch schon zwei mal bedenbar wird ich habe die ja schon zahlreitigen zu mir ja ja ich häckel den mal zusammen und es wird ein was haben wir noch belohnen ja die von innen aus und dann gehen wir mal rein seit für die m für das erste bus level bosks lebus schloss den kenne ich noch weißt du woher ich ihn kenne er ist ja joshis island joshis island ist er nämlich obelix 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 hosentyp irgendwie ja genau das ist er ja obelix vielleicht ist er in der matrix und schimpel bis ich meine es gibt immer einen matrix und obelix du kennst dich die verarsche ich zeig dir nachher nach dem part wenn du möchtest ja also mache ich da jetzt war gerade so aus wie ich tanzen würde da sind sie die schnappen wir uns jetzt wird hier unten so klein erwartet moment im müde bist du auch kleiner sich da war ich da war ich da haben wir zu dem video rauskommt oh shit was machst du jetzt ich muss ich irgendwie aus dem sich holen ich muss ich jetzt erst loswerden dann geht ja dann würde man sich jetzt einfach umschießen wir brauchen schlüssel wir brauchen schlüssel wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen ich habe wolle ich habe wollte dreck hat meine folge klauen ich will erst gucken wurde wo der schlüssel ist irgendwo kommen mit mir mit jetzt nicht direkt weiter ich will mich erst umsehen wie sie darum was bist du da oben was es fehlt einer das uns fehlt eine blume wie bitte in einer der türen können sich sein das kriegen wir den schluss ja durch diese eine tür da hat sie schon wieder richtig aus deswegen auf der welt ich bringe mich in sicherheit ich war gerne auch meine wollen wir deswegen auch sachen werfen und so dass die finger von dem war immer der ist der nicht weiß ich gar nicht mehr ich habe mir ein paar szenen also nach dem dritten und vierten part ist eigentlich nicht mehr so interessant für mich richtig wenn ich sogar nach oben schauen wir werden irgendwie gerade supermario flash also supermario flashback star was guckst du mir auf den arsch was wird ja ein bisschen ganz schlimmer finger da muss man sich eine tür ohne unsere dritte blume wo auch immer ist wo auch immer die ist weil ich mir auf jeden fall wichtig hat erstmal die ausschiefe finden ja also das hätten wir mal die alle türen auch das ist 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 das was wir haben wir müssen hier erst als einen danach können wir alle alle gängige tüten ja ich habe probleme war alles ja jetzt werden sie alle tüten jetzt werden sie alle töten also nicht gebrauchen können ich habe den schlüssel ich habe ein leben ich habe den schlüssel du bist gestorben ich glaube das ist wieder kommst du wir kommen nicht mehr zurück sie sind auf der suche nach wildschwein der fünfte teil göttlich das ist zu viel das arme schwein in britannien muss man sich den briten anpassen wir haben schon gute sachen abgelassen ich habe mal irgendwie so eine phase vor ein paar monaten auf youtube sind die ganzen filmen auf deutsch drauf glaube ich ja klar die meisten zehn jedenfalls davon habe ich mir ein paar sachen davon angeguckt und da war halt auf diese szene so oh meine spezialität gekochtes wildschwein in einer medikaten pfefferminzsoße das ist zu viel das ist ja jetzt ein neues asterix und obelix spiel für die switch gekommen nach astrix und obelix xxl 2 ja es gab schon davor einen teil auf dem game das habe ich sogar selber mal gehabt wie sie es verloren habe ich glaube 15 jahre ist das ist jetzt alt und ich habe keine ahnung wir haben alle blumen im moment wollten wir überhaupt die anderen blumen herbekommen ja wenn du eine verpüste am anfang wo ich doch gerade sagen nicht kaputt machen dann mache ich deine sache kaputt schreibt noch nie was ich bin auch voll friedlich vor allen dingen okay post zeit da hat sich nicht treffen was war ab ja gut ich lasse mich treffen wir sind die neuen wir kommen jetzt öfter her ihr schießt sei ganz schön hartnäckig ich dachte ihr hättet schon längst aufgegeben sie leben und die die hose zu und schnapp sie dir oh mein gott es ist obelix alter also obelix den machen wir nackig dann machen wir nackig was zum jetzt noch mehr vernehmen haben wir müssen wir müssen wir ihn treffen er kommt jetzt hier nehmen jetzt die hosen aus wenn ich mal raus ich habe ihn die hosen ausgezogen ich kann nichts machen ich war der folge aber wir haben es geschafft ja wir haben sogar alles sehr glaube ich glaube ja wir haben alle blumen denken wir haben alle pille alle wolle und wir haben alle stelle gelungen ja komplett geil noch geiler scheiße noch mal wird eins bis auf das eine dinge da unten rechts abgeschlossen ja wenn nachvoll werden irgendwann irgendwann aber nicht heute du hast einen neuen trick anstecker erhalten den habe ich sehr häufig benutzt obelix kostüme xilibu yoshi wir nennen ihn einfach heißt also obelix auf rückwärts geschrieben alter tatsächlich jetzt sehe ich dann erst da ist obelix das ist obelix rückwärts geschrieben wir haben hier nen plot gefunden sehr geil in den ort bei hast du rückwärts abgeguckt sehr geil hat wahrscheinlich schon jeder irgendwie vor 10, 20 Jahren irgendwie entdeckt aber aber scheiß drauf wir haben jetzt auch wieder entdeckt wir waren schweig mag da auch wir sitzen ein patent darauf dass wir jetzt gefunden haben ach so wir müssen wieder zurück auf zum walt 0 welt 2 ist eine wüsten welt in der wüste gibt es keine wolle ja wüste wellen selbst in der wüste gibt es wolle was erzählen bis zum abwinken wenn es wein wäre zum abwinken alter ich würde sowas vor ich würde mich da rein stößen wenn sie wieder wie ein volltränker aus während während diesem projekt wein ist auch gut wein ist gut ein ist gut für uns und du hast keine ahnung wie viele minuten haben wir machen wir doch dieses zu ende dann zeigte mal das video was ich meine ich will nicht wohl verschwinden wollte es wertvoll das kann kohle meine wolle zurück ich würde da weg gehen wir kommen immer wieder und sie gerade erledigen was jetzt oder war ich wie bist du draufgegangen ich habe die abgeschossen und dann war irgendwie überlebt das ist die schöne plattform ja das ist alles schön alles ist schön wenn es blau ist aber lächerlich ich habe ja noch nie im leben gehört dass alles schön ist wenn es grün ist das lächerlichste was ich je gehört habe ja 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 ich bin gut an dem scheiß ich nicht ein gottchen kommen jetzt nicht damit wo die ist wertvoll weil es zu wertvolle eingesetzt zu werden deswegen witzig lieber dich nicht gewiss machen wie ich meine wolle aus oben stehung schon gar nicht weiter ich werde sicher gewesen was wollte ich den namen hier durch die ganze zeit damit zu retten meine wolle hier meine volle wieder Das meine Wolle in Ruhe, ah, Stego, out, aber im Moment, Stego kann man gar nicht besiegen, da wollen wir noch mal sehen. Ah, du kannst keinen Stego besiegen. Tür, nicht rein gehen. Du musst herhalten, welche Tür soll man gehen? Oben oder unten? Oben ist der Weg zum Erfolg. Da oben ist der Weg zum Ziel. Nein! Nein! Oh Mann! Da haben wir ja irgendwo sterben. Am letzten Checkpoint. Ja, da oben sind wir schon so lange. Und.. Immer noch. Jetzt nehme ich nicht mehr. auf dem bildschirm geschossen jetzt wie wir hier also jetzt schon ist auch ein bisschen ich glaube ich nicht verwegen also das wurde gefunden nein hatten wir nicht hier und die weg stehe niemand will ich hat er getötet ja weil er bei den anderen wie ich noch eingeflogen ist er kannst du so in den beiden werfen zum stehen auf zum sieg flieg ich rette dich vor der piranha flanken danke für die wurde ich habe sie so viel mehr ha zeitlich wir kommen hier nicht durch wir müssen immer zurück da macht das war wollen 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 kaufen steckt mir die ganze wolle rein ist das schwarze klopfen wie schön und pflanze pflanze haben wir alle wolle das ist ja ja nein im schwarzen wurde gefangen wichtig wird sich so weit oben ist da kriegt man ja okay hier ist das verstandene wo wir erklären ich wollte es dir klären aber du hättest mir sowieso nicht zugehört das stimmt ja immerhin haben wir alle wolle nein nein doch heute wirklich mein kater das ist für mich wichtig wir bekommen so viele joshis jetzt sehen das für dich hat mehr Ja, ich nicht. 100 Punkte. Ja. Deswegen wählst 2, dann würde ich mal sagen, das war's dann für den Part. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, ne? Ja, aber erstmal gucken wir mal, was wir von Yoshi bekommen haben. Ja, genau. Habe ich ja ganz vergessen. Bestimmt Kakteen oder irgendwie sowas. Ja, sie haben 160 Stempel auf dem Nähe gefunden und erhält es dafür einen neuen Stempel. Bin ich hier bei Wii U oder was? Was ist das denn bei? Wüsten Yoshi! Wurde wieder zusammen gehäkelt. Geil. Nice. Darf ich mal in der nächsten Frage gehen? Ja. Wenn euch der Part gefallen hat, ihr wisst mal, was ihr zu tun habt. Bis dann, ciao. Bye, bye. Yeah. Das bin,�atグä Turner.